Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Und heute geht es um die kindlichen Bildungsprozesse nach Gerd E. Schäfer. Und dabei haben wir einerseits die 10 Thesen der frühkindlichen Bildung für euch einmal mitgebracht und gucken uns dann die Dimensionen des frühkindlichen Bildungsprozesses einmal an, die sechs Dimensionen, die dort wichtig sind. Das heißt, wir versuchen euch heute einen Überblick über die wichtigsten Theorien nach Gerd E. Schäfer zu geben. Grundsätzlich ist dabei nochmal zu erwähnen, wir haben ein Buch für euch, was die wichtigsten Themen im Abitur in Pädagogik einmal für euch abdeckt. Erster Link in der Videobeschreibung, falls es euch das interessiert. Und gerne könnt ihr auch das Buch rund um Gerd Schäfer auschecken. Erster Link oder zweiter Link in der Videobeschreibung. Bisschen Werbung in eigener Sache und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Grundsätzlich geht es erstmal um die 10 Thesen der frühkindlichen Bildung. Und hier soll es erstmal um einen Überblick gehen. Das heißt, wir werden natürlich über die einzelnen Thesen bzw. dieser verschiedenen wichtigen Thesen, die er hier gefasst hat, nochmal eigene Videos machen. Grundsätzlich starten wir aber erstmal mit den 5 Thesen, die darauf basieren, dass er erstmal feststellt, was frühkindliche Bildung überhaupt ist. Es gibt keine Reihenfolge dieser Thesen. Wir haben hier einfach nur eine objektive Aneinanderreihung von den verschiedenen Thesen, die er festgestellt hat. Und grundsätzlich ist es so, dass er festgestellt hat, dass die frühkindliche Bildung Selbstbildung ist, komplex ist, ästhetische Bildung ist, notwendig kreativ ist und einen sozialen Prozess darstellt. Das heißt, wir haben hier 5 grundlegende Pfeiler, wie frühkindliche Bildung überhaupt abläuft. Komplex ist ganz schnell zu erklären. Es geht darum, dass die frühkindliche Bildung letztendlich ein Konstrukt verschiedenster Abläufe ist und nicht so einfach zu ersetzen ist und dementsprechend aus ganz vielen verschiedenen Systemen zusammengesetzt wird. Ästhetische Bildung basiert auch auf einem kulturellen Gefüge. Das heißt, je nachdem, wie ein kulturelles Gefüge ist, wird eine bestimmte Ästhetik ausgebildet. Notwendigerweise kreativ. Das basiert darauf, dass er bezeichnend ist, dass Kinder auch logischerweise in ihrer frühkindlichen Entwicklung kreativ sein müssen, um bestimmte Prozesse überhaupt erst entwickeln zu können, da sie ja sozusagen von Null starten. Selbstbildung basiert darauf, dass man eine Selbstständigkeit in dieser frühkindlichen Bildung von dem Kind erwarten muss, da es sonst praktisch nicht stattfinden kann, ein gewisses Interesse, eine gewisse Aufmerksamkeit und eine gewisse Neugierde. Also letztendlich. Und ein sozialer Prozess, da in einer permanenten Interaktion mit Erwachsenen, mit Bezugspersonen und entsprechend auch in einer Gesellschaft generell entsteht. Und dementsprechend ist dieser Prozess natürlich notwendigerweise auch sozial. Frühkindliche Bildung ist dabei aber auch noch auf der Suche nach Bedeutung. Bedeutung für ihn ein ganz wichtiger Prozess bzw. ein ganz wichtiger Teil, der insbesondere im Sprechenlernen noch mal wichtiger wird und dementsprechend hier dann auch ein Teil der frühkindlichen Bildung ist. Genauso wie es auf Beziehungen beruht, ein sozialer Prozess, das hatten wir gerade schon dargestellt. Es geht um Interaktion und es geht letztendlich auch darum, dass Kinder verstehen, wie Emotionen eingesetzt werden. Genauso erzeugt es innere Bilder, es werden Ereignisse entsprechend dargestellt. Es geht um Wahrnehmung, die letztendlich dann später in der Sprache dargestellt werden kann. Und es hat natürlich auch mit innerer Verarbeitung zu tun und braucht die Unterstützung des Erwachsenen. Die Rolle des Erwachsenen zum Beispiel im Prozess des Sprechenlernens ein ganz wichtiger Prozess. Denn die Erwachsenen sollen letztendlich immer den Fokus auf das Relevante setzen. Die sollen das Irrelevante abwenden und dadurch natürlich eine Schutzwelt für das Kind schaffen, was letztendlich dann dazu führt, dass die Kinder die ideale Möglichkeit haben, sich in einer Welt vorzubewegen, in der sie eine ideale frühkindliche Bildung stattfinden lassen können. Dann gibt es aber auch noch die Dimension des frühkindlichen Bildungsprozesses. Auch hier gilt, wir werden das Ganze in separaten Videos nochmal genauer erklären. Wir wollen euch hier erstmal die grundlegenden sechsten Dimensionen darstellen und eine Grundlage schaffen, was überhaupt hier als Teil dieser frühkindlichen Bildungsprozesse dargestellt wird. Die erste Dimension ist dabei die emotionale Dimension eines sich entwickelnden Selbst. Das heißt, hier geht es darum herauszustellen, dass die Kinder sich emotional entwickeln, dass sie ein Teil einer weitergehenden Entwicklung sind und dadurch natürlich auch entsprechend von Schäfer beschrieben, entsprechend in Emotionen ständig arbeiten müssen, mit Emotionen arbeiten müssen und dadurch dann verschiedene Prozesse erst anstoßen können, verschiedene Systeme sich überhaupt erst entwickeln können. Alles basiert letztendlich auf Emotionen. Es geht um die Verselbstständigung. Bitte entschuldigt das fehlende T hier an dieser Stelle. Also in der zweiten Dimension haben wir diese Verselbstständigung, wo es dann insbesondere darum geht, dass die Kinder selbst agieren können, sich immer mehr von den Aufgaben des Erwachsenen loslösen, immer mehr selbstständig ihre eigene Entwicklung anstoßen, immer mehr zu einem Bildungsprozess, der selbstständig abläuft, entsprechend hin entwickeln. Genauso wie es in der dritten Dimension darum geht, entsprechende Erwartungen zu entwickeln, wenn die dann entsprechend durch Fantasien von Erwachsenen und Gesellschaft auch dabei vorgegeben werden. Und diese Erwartung durch Fantasien ist ein ganz zentraler Prozess, der auch wieder mit einer gewissen Selbstständigkeit zu tun hat, aber gleichzeitig natürlich auch damit einhergeht, dass man versucht, zu verstehen, in welchem interkulturellen System man sich befindet, in den verschiedenen Prozessen dann entsprechend aber auch agieren kann. Bei der vierten Dimension ist es so, dass man frühe kognitive Kompetenzen entwickelt. Da geht es dann insbesondere auch um die Entwicklung eines Sprachsystems. Es geht darum, sich kognitiv in bestimmten Bereichen fortbewegen zu können. Und diese fünfte Dimension ist dann praktisch ein intermediärer Bereich, wo es um die Kombination aus den verschiedensten Bereichen geht, die wir hier einmal darstellen. Und letztendlich auch eine Kommunikationsebene, die hier mit der fünften Dimension bezeichnet wird. Und in der sechsten Dimension versucht Schäfer letztendlich das zu vermitteln, was noch alles als Teil dieser Dimension gesehen werden kann. Grenzerlebnisse, partielles Scheitern und auch das Überschreiten der Grenze. Das führt alles laut ihm zu einer frühkindlichen Entwicklung. Es ist Teil des Bildungsprozesses und ist auch letztendlich notwendig laut ihm, denn nur so ist es letztendlich möglich, dass die Kinder sich langfristig entwickeln können. Und verschiedene Grenzerfahrungen führen natürlich dann auch dazu, dass man sich weiterentwickeln kann und darüber hinaus dann auch bestimmte Dinge erst kennenlernt. Wichtig ist, dass man diese Dimensionen von 1 bis 3 nach Selbstbildung unterscheiden kann und von 4 bis 6 dann entsprechend als bildende Lernprozesse. Das heißt, wir haben hier nochmal eine Unterteilung dieser frühkindlichen Bildungsprozesse. Diese Dimensionen können definitiv nochmal unterteilt werden. Wir sehen, dass die ersten 3 sind eher auf die Selbstbildung bezogen, Emotionen, Verselbstständigung und auch Erwartungen durch Fantasien entwickeln. Und 4 bis 6 mit frühen kognitiven Kompetenzen, dem intermediären Bereich und entsprechend auch diesen Grenzerlebnissen. Das ist alles Teil des Lernprozesses und dementsprechend auch hier nochmal dieses Ordnungssystem des frühkindlichen Bildungsprozesses dieser 3 unterschiedlichen Ebenen in den Dimensionen definitiv hervorzuziehen. Und damit soll es schon gewesen sein. Zuvor aber nochmal eine kleine Zusammenfassung. Die 10 Thesen der frühkindlichen Bildung umfassen, dass die frühkindliche Bildung Selbstbildung ist, komplex ist, eine ästhetische Bildung ist, notwendig kreativ ist und einen sozialen Prozess darstellt. Gleichzeitig ist es so, dass die frühkindliche Bildung auch nach Bedeutung sucht, auf Beziehungen beruht, aber eben auch auf inneren Bildern, die entsprechend erst erzeugt werden müssen, eine innere Verarbeitung als Notwendigkeit hat und entsprechend die Unterstützung des Erwachsenenbedarfs. Die Dimensionen der frühkindlichen Bildungsprozesse sind dabei zunächst in der ersten Dimension basierend auf Emotionen, in der zweiten Dimension geht es um die Verselbstständigung, In der dritten Dimension geht es um die Erwartungen durch Fantasien, die von Erwachsenen und Gesellschaften geprägt sind oder von der Gesellschaft selbst geprägt sind. Bei der vierten Dimension haben wir die frühe kognitive Kompetenzen, in der fünften, den intermediären Bereich und in der sechsten Dimension geht es um Grenzerlebnisse, um partielle Scheitern und entsprechend auch um das Überschreiten der Grenzen, wodurch dann entsprechende Bildungsprozesse angeregt werden können. Dabei kann man diese sechs Ebenen unterscheiden nach Selbstbildung und nach bildendem Lernprozess. Ersten drei Dimensionen ist die erste Ebene, also nach Selbstbildung und vierte bis sechste Dimension, da geht es um den bildenden Lernprozess. Damit soll es es auch gewesen sein von diesem Video rund um den kindlichen Lernprozess oder kindliche Bildungsprozesse nach Gerd E. Schäfer. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren und schaut unbedingt die anderen Videos, die wir zu Gerd Schäfer gemacht haben, euch an, denn diese sind darüber hinaus natürlich nochmal weitergehend und erklären euch das Ganze nochmal besser. Ansonsten lasst gerne ein Abo da und schaut in den ersten Link in der Videobeschreibung. Da haben wir ein Buch rund um Gerd Schäfer verfasst, aber natürlich auch für euch versucht, einmal alles Wichtige rund um euer Abitur nochmal darzustellen. Ersten Link in der Videobeschreibung, checkt sie gerne aus, ein bisschen Werbung und eigene Sache. Und jetzt würde ich sagen, soll es das gewesen sein, dann haut rein und ciao.